Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Aufnahme von Let's Play Gears of War. Heute mal mit meiner Schwester, sag mal hallo. Hallöchen! Ja, ihr sitzt hier neben mir, guckt auf ihr Handy. Dann machen wir mal weiter. Wir sind ja jetzt gerade bei Akt 2 angekommen. Endlich. Aber ich muss anderes Kapitel laden, weil wegen Neuaufnahme letztes Mal. Wieder auf Hardcore. Weißt du, dass Japaner wirklich bekloppt sind? Ja. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Hamuketsu ist ein japanischer Trend, bei dem Fotos von Hamsterhintern gemacht werden und im Internet veröffentlicht werden. Warum? Das ist echt eine gute Frage. Warum? Warum tut man sowas? Ich weiß es nicht. So bescheuert. Und er lädt, lädt, lädt wie ein, ne Xbox. Ein Bruch der Nacht. Ein Plan? Welcher Plan? Du hast keinen Plan. Du hat siegst nur Scheiße. Plan? Lass einfach abarsch. Okay. Keiner hat einen Plan. Wir drücken halt A zum Angriff, B zum Einsteigen, das Feuer und E, Y zum Formieren. Boah, jetzt darf ich endlich entscheiden, was für Dummheiten die machen, ja? Danke. Der hat mich so an Carmine erinnert. Da musste ich einfach zuschießen. Der Typ war ein Volltrottel. Kannst dich auf einen Stuhl setzen, wenn du... Naja, ich seh doch was. Okay. Ich würd mich gern... Ah. Es nähern sich feindliche Einheiten und sie kennen eure... Äh. Gut. Nicht. Linker Pfad, rechter Pfad. Links sagt mir so zu. Jo, find ich auch. Ich bin nicht so rechts. Wow. Wir gehen einfach nur unten lang und wir oben. Yay. Ja, könnte ja... Was anderes sein, als... Äh, stimmt. Achso. Ich dachte schon, jetzt muss ich auch runterspringen, das wäre ja noch sinnloser. Hm? Was denn? Ja, war klar. Verstanden. Komm, ich höre... Ne Ratte. Ach, wie nütlich. Nehme ich mit nach... Oh, na toll. Ne, nimmst du nicht. Ne, die nehme ich doch nicht mehr mit nach Hause. Ist so leicht geplatzt. Na, fette Maden. Na, da unten. Verdammt. Boomer. Bei dir sind Boomer. Sie kommen direkt auf die Zug. Boomer. Boomer. Ja, ist ne gute Idee. Boomer. Hey. Frick, raus! Wollte ich auch gerade. Oh. Du bist irgendwie ein bisschen tot. Da hab ich mir so ein bisschen geplatzt, ne? Bin ich da bohranscht. Das ging schnell. Ja Mensch, bist ja weit gekommen jetzt, also, ähm... Ja, äh, das war Let's Play Gears davor, ne? Für heute. Vorführungseffekt. Ja, klar. Ich will erst die... Wenigstens kann ich das überspringen. Ich könnte auch Baird die ganze Arbeit machen lassen. Einer ist tot. Er stirbt wenigstens nicht. Der ist auch hübsch geplatzt, also... Ja, also Shotgun zu befehlsprings immer wieder. Da ist auch noch so ne komische Kiste. Ja, erstmal... Wollte ich hier Muni aufheben. Was nicht geht. Äh, was? Ne, Munition ist weg. Achter. Entschuldigung. Völlige Scheiße. Glaubst du, ich mach Witz? Ich glaube, du bist scheißverrückt. Das glaube ich. Oh, ist das nicht süß? Die zwei Arschlächer bei ihrem ersten Date. Ach, die. Immerhin der Humor ist noch geblieben. Beziehungsweise ist da erst gekommen, weil... Geass of War war ja vor Geass of War 3. Ich sitze extrem unbequem. Ach! So, probieren wir doch mal unser neues Spielzeug gleich. Ich hoffe, das hört man nicht. Ja. Hier wird gerade gebohrt. Glaube ich, dass das so schnell aufhört. Das heißt, heute ordentlich vorproduzieren, weil ich die nächsten Tage nicht aufnehmen werde. Wie spielt haben wir das überhaupt? Das ist... Ja, super. Okay, ordentlich vorproduzieren hat sich. Weil es schon... Vielleicht ein bisschen drüber aufstehen müssen. Ja. Ich hatte ja einen Wecker um sieben und um halb acht, aber... Mitwieweit habe ich sie komplett überhört oder ich bin wieder eingepackt. Warten der Gute. What the fuck? What the fuck? Die lebt immer noch? Ach so. Das ist ein Teamkamerad. Ups. Der Spaß hat mir jetzt zwei Schüsse gekostet. Hallo. Das sind Freunde. So, halbwegs. Manchmal. Wenn sie sich nicht gerade stören. Ey, der hat mal eine Tür nicht einfach eingetreten. Das ist ja unglaublich. Was ist es? Sag nicht, das sind... Ne, sind sie es nicht. Warum ist der nicht tot? Ist die Waffe runtergefallen? Hast du das gesehen? Bitte? Weißt du, ob seine Waffe runtergefallen ist? Was ist das? Hab ich da... Ich verstehe noch nicht den Sound dieses Spiels. Manchmal ist es bübelst laut. Manchmal ist es mega leise. Lecker. Er hat's ein bisschen Blut verspritzt. Ja, man. Spritzt mich nicht an, ey. Lass mich an. Lass mich an. Danke. Okay. Er hat die Waffe fallen lassen. Da Textur. Ja, okay. Das Spiel ist ein bisschen älter. Da war wieder die Fisch-KI vom Feinsten. Die was? Die Fisch-KI von... Äh, Kartoffel-KI von Feinsten. Der stand hier und hat gegen die Wand geschossen. Um auf einen Gegner zu schießen. Ja, würde ich auch so machen. Macht Sinn. Wir spielen, wo die Wände kaputt gehen hier. Du musst auch schießen, ne? Ja, du musst auch treffen. Ich wollte die ganze Zeit auf den Kopf zielen. Ey, das gibt's nicht. Nein! Lad erst mal richtig nach. Wer hat was von formieren gesagt? Ich nicht. Da gucke. Jetzt. Du Trottel. Ich weiß nicht, was du geschafft hast, ist, Licht kaputt zu machen. Spaß. Was können wir eigentlich? Sterben. Was ist er? Daran ist er ganz gut. Achso. Was ist mit Gestandeten rum? Ich hänge nicht rum, Penner. Ich suche jemanden. Halt die Klappe, Bert. Los, weiter. Was? Was hatte ich? Ich bin sicher. Ah, aus dem kann ich nicht. Ja, Sniper in engen Gängen. Das macht Spaß. Bringt Freude. Und macht Sinn. Nicht ganz, ne? Scharfschützengewehr. Wieder Tür zum Eintreten. Diesmal hat er es sogar geschafft. Hey. What the fuck? So knapp. Lagt schneller nach. Ne, oder? Ich bin noch fast gar nicht auf den Trigger gekommen. Wow, das war knapp. So, fast mein gesamtes Team liegt wieder auf den Boden. Das kann ja nur lustig werden. Ja, der trifft aus der Deckung ohne Zielen besser als wenn ich Ziele. Die stehen halt direkt wieder auf, sobald hier alle tot sind. Am Arsch, Sniper wirst du nicht geheilt. Was glaubst du eigentlich? Siehst du? Alle tot, sie stehen auf. Mensch. So schwer können die Wunden jetzt auch nicht gewesen sein. Jetzt kriegst du ja übrigens so Schaden ab und zu. Ja, ich weiß. Oh, oh, oh. What zum Fick? Geil. Geht doch. Sagt nicht, der lebt noch. Ne. Achso. Womit? Es liegt schon wieder ein auf dem Boden. Fick dich, Cole. Mann. Ja, nichts sagen, ne? Aber irgendwie triffst du nicht. Ja, ich glaub, ich sollte es mir der Snipe lassen. Oh, da ist noch einer. Ich hab getroffen. Das war nicht das, was ich treffen wollte. Aber ich hab getroffen. Ich glaube nicht. Warum springen alle in Deckung? Weil er nicht ein Gegner ist. Ich dachte, er gehört zur Landschaft. Ja, ist so. Oh, 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 oh. Oh, Gegner. Info. Du bist tot. Echt? Danke. Cool. Ich dachte, ich sag's dir, bevor du es nicht mitkriegst und so. Danke. Ich bin nett, ne? Ja. Bam. Persönlich hasse ja solche Spawnpunkte, wo man den ganzen Fack-Gegner noch mal töten muss. Ich weiß übrigens wieder nicht so trocken. Echt? Danke. Ich werde die ganze Zeit getroffen, warum auch immer. Vielleicht liegen sie wieder alle auf dem Boden. Hatte ich. Ich merk schon, das wird wieder so eine Stelle, die ich extrem mag.